RAUDI STUDIOS Last Take 1 Yo moin, hier ist RAUDI, auch bekannt Heute ist 27. Januar 2011, Mittagszeit Und heute mache ich mein erstes Vorstellungs-Tutorial Nämlich Bohrmaschine Bohrmaschine ist so ein ganzes Jetzt haben sie ein Popo stecken und so Und heute, ja zeige ich euch wie dieses schöne Ding funktioniert Yo, yo Bohrmaschine hat zwei verschiedene Funktionen Entweder, keine Ahnung wie das gerade heißt, egal Beim einen ist so, um durchmaut Das wackelt dann sogar Und das andere Ist ja normale Hier ist der Umstell-Knopf Aber wir wollen karte Sachen machen und so Also probieren wir mal aus Was ist das denn? Ich habe das Ding gerade mit einer Hand und... Ich habe das Ding gerade mit einer Hand und... Ich habe das jetzt gerade wieder angefangen, wie das heißt Das eine heißt Schlag Und das andere, ja, Schlag mit Raff Kein Spaß Mit Schlag kann man da locker durch Beton bauen oder was weiß ich Und mit dem anderen bohrt man halt einfach so durch Plastik oder so Guck ich kann das Zeug Mit dieser scheiß Billigdose Wir fließen jetzt um Nämlich, ja genau, hier Hohlen wir einmal Hohlen wir mal Hohlen wir mal Hohlen wir mal Wir brauchen Abfall Dann Spaß Ich verlose das Giveaway bei 10 Abonnenten Also vergesst es zu abonnieren Ich spüre mal Bis zum nächsten Mal Ich mache das Ich mache das